Das ist ein Graf, der der Luther, der Zauber, liegt heute noch ein paar Mal. Wie ist es ja? Morgen, dann sind wir ja. Morgen, dann sind wir ja. Morgen, morgen. Ist der wohl so ein Ress? Ja, das ist gut. Kefl oder noch. Ja, kommt der da. Dann weiß ich, wahrscheinlich drüber geht es nicht. Dann geht es nicht. Okay, so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.